Man sollte sich vielleicht überlegen, was man wegwirft und, naja, wie. Oder manchmal ist auch zu viel gekennzeichnet, würde ich sagen. Da weiß man gar nicht, wie man das handeln soll, sag ich mal, zu Hause jetzt. Wenn man jetzt sich verschiedene Sachen sortieren soll und so, ich denke mal, das machen viele nicht. Eine Sauerei. Ganz einfach. Prinzipiell ist das einfach nicht gut und ich denke einfach, jeder soll darüber nachdenken, was er macht. Also wenn man von außen her denkt, sagt man, ich gehöre nicht zu der Wegwerfgesellschaft. Dann steht man in der Küche, hm, das sieht nicht mehr so gut aus. Eigentlich wollte ich wieder einkaufen gehen. Und dann merkbar, man gehört eigentlich doch dazu. Also ich denke, jeder sollte mal überprüfen, ob er dazugehört. Und dann wird er feststellen, dass man immer noch was Produktiveres dafür machen kann, dass man nicht mehr zu der Gesellschaft gehört. Gut ist mir natürlich besser, wenn man Dinge öfter benutzt und auch nicht immer alles direkt wegwirft. Aber der Mensch ist nun mal einfach und heutzutage muss alles schnell gehen. Deswegen ist der Trend, glaube ich, nicht einfach aufzuhalten. Also ich finde es nicht gut, vor allem auch jetzt zum Beispiel hier in der Mensa, da wird ja immer viel weggeworfen, wenn es einmal angerührt wurde oder wenn es eben nicht zu Ende gegessen wurde. Also ich finde es total schlecht. Naja, also es sollte vielleicht so sein, dass die Produkte natürlich auch länger halten, weil natürlich dann sind auch weniger Umweltbelastungen natürlich vorhanden. Eigentlich viel zu viel, wenn es weggeworfen wird, nicht allzu viel, würde ich sagen. Plastiktüten zum Beispiel, die mehr umschwappen oder so. Finde ich nicht gut. Warum? Ja, man muss ja ein bisschen ökologisch denken. Nicht so sehr viel, weil es ja sehr viel mit Umweltverschmutzung zu tun hat und weil es also dann, dass wir uns selber ja irgendwann mit Müll umbringen vielleicht. Vielen Dank.